und anfangen tun wir uns mit unserem mod dem mr t cool er schreibt dazu ein flugzeug fbs am anfang beste qualität hab halt kostenlose version von obs ob es immer kostenlos gucken wir mal rein ja genau ja sag ich mal ja schön irgendein train sim wahrscheinlich wo ein flugzeug her geflogen ist nicht ein strom sehr stark sehr gutes video jetzt sehe ich hier vom otter lee auch sehr aktiv in der community kurs geht raus der fliegt auch selber der fliegt selber segelflugzeug ja schauen wir mal rein ich mache immer folge dann stand mir noch mal von vorne hat er was dazu geschrieben ich glaube nicht nur der freezer ja okay bist du da selber geflogen ja ist halt discord da kann man nicht so viel solange es hochladen selbst nicht selbst geflogen er freezer wieder oder das die da ist schon gelandet ja das ist der start da wird er hochgezogen ich habe jetzt noch nicht gesehen ob von einem flugzeug oder von der seilwinde ich habe nicht verstanden was ich gesagt jetzt können wir nicht mehr gucken wo er kreist sehr geil alter würdest du das machen simon so ein windstart hätte ich ja schon absolut schiss vorne ich habe mich verdrückt nächstes video hier ist aus dem miniatur wunderland habe ich direkt erkannt in hamburg da warst du auch schon da warst du auch schon da war ich auch schon genau an der selben stelle stand ich da sehr zu empfehlen wenn man da abends hingeht die haben bis 23 uhr glaube ich offen da hat man den ganzen kittys nicht vor allem kann ich euch nur empfehlen da müssen die schon ins bett genau wir haben hier eine landung von ich kann es nicht erkennen was es für ein flugzeug ist auf jeden fall eine ältere maschine dc3 4 4 rotoren aber gut ist null uhr haben diese geoffen ok es ist so schön da ne also ich kann das echt jedem empfehlen das ist einfach geil dort hat auch jeder einfach spaß dran ich habe da meine frau liebte auch viele easter eggs die man entdecken kann so jetzt machen wir hier mal den auf ist glaube ich auch aus dem microsoft flugzimmer eine schöne landung da ist das programm übrigens was dir angibt wie du gelandet bist da können wir jetzt noch mal reingucken wie sieht die da aus da ne es sagt mir halt gar nichts ne du hast dein ground und airspeed du hast die anzeige vom wind in knoten wenn ich das richtig sehe right side slip ich glaube das ist so ein bisschen rollweg und dann ob du gebauen bist da steht eins bauen ich würde jetzt aber behaupten slip ist dass er nach rechts geslippt ist geslippen gekippt ok ja das ist halt das minus 64 fpm ist wie sanft du aufgesetzt ist alles unter über 100 ist sanft ok ok internet ok ok also ich verstehe es nicht also ja das ist halt nur ein wert der da so ein bisschen abgefragt wird macht für uns keinen sinn jetzt haben wir hier aufnahme vom nico immer direkt in fullscreen das ist irgendein jet von zu hause aus gefilmt ich kann es nicht erkennen nico wenn du da bist ist eine f16 kannst du sagen von der silhouette könnte es eine f16 sein aber auch ein tornado würde ich sagen keine ahnung dafür die quali nicht so gut der sanipaul wo ist das schade dass ihr nichts dabei geschrieben habt tornado jetzt standest du unter dem flugzeug ok krass hat er was dabei geschrieben nö ja ich habe sie ja ich habe sie was auch immer ich glaube er hat er hat er doch geschrieben dass ein a ich weiß nicht a 350 oder so gelandet ist stuttgart ok das ist eine 747 oder ja ja wohnst du so nah am stuttgarter flughafen dass du so richtig planespotting machen kannst da kann er immer gucken immer schön aus dem fenster und dann der monkey schön auf dem modell flugplatz oh ja okay oh geil geil der monkey bist du selber geflogen oder nur aufnahme hier alter ein der fliegen bestimmt 1000 euro in der luft wenn nicht sogar mehr dann ist das so gut geiler sound auch ne modell flug ist auch passt auch ja er fliegt da selber schreibt da der mann echt krass ok ja dann sag mal wie teuer wie teuer wie teuer ist er sag mal wenn du willst ist er mit äh triebwerk richtig ne also mit ähm düsen triebwerk mit konto nummer und allem ja sag mit allem einfach nur so ungefähr wie ich kann das null einschätzen wie viel so ein flugzeug kostet also was habe ich damals bezahlt für meinen balsa flieger what the fuck ich glaube so dreieinhalb tausend dreieinhalb tausend ok fliegen einfach dreieinhalb tausend so knapp überm boden dann auch noch ne ja nice warum sehe ich manche kommentare bei mir nicht das sind die kommentare aus youtube die werden hier noch mit in den stream reingepackt so jetzt haben wir hier noch eins von sunny paul da sehe ich ein feuerwehrwagen abgefilmtes video vom monitor ok das ist von äh das ist laut das ist auf dem flugsim aber irgendwie so eine mod für neben dem fahrzeug ok ah ja ok supi ok alles klar vom autofahren im flugsim funktioniert richtig gut da warst du so nervig laut ey was war das für ein video am ende fluggeschwindigkeit zu niedrig ja haben wir hier wieder ne butterlandung wow da war aber ein bouncy drin da ging ordentlich in die federn auf jeden fall ging ordentlich in die federn da werden die fluggeste aber gemerkt haben du leute obs obs nicht schwierig und kostenlos um videos aufzunehmen gute qualität immer gut so ne concord ui ui guck hier der mr t aus drei perspektiven mit obs zusammengebaut ja das ist nach vormlich schön ei 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 jetzt kommt sie ah schön ist oh gute landung ja ja weiß ich nicht ich finde concord ist sagen ja viele cooles flugzeug oder ist halt ein ähm ja so ein meilenstein ne halt was besonderes kult flugzeug kult flugzeug aber hässlich wie die nacht oder ich finde das flugzeug so hässlich und die steht so hoch ne es wird ja mal hier im stream erklärt warum die nicht ähm über über land fliegen durfte so ne weißt du es noch ja weil mit dem überschallflug das ist halt das ist halt richtig laut deswegen darfst du es über land nicht fliegen deswegen ist halt diese flugstrecke zwischen london und new york extra auch gewählt worden weil er halt nur über ähm wasser fliegt naja ok ok stört es halt keinen ok so jetzt hier vom avi inch nl 01 das waren ca 50 grad neigung bei einer rollübung mhm also auch hier live geflogen wir haben sound wir haben sound oh da piepen die instrumente ok sehr geil ok ich hab so respekt davon ich wollte mir reinsetzen echt ich will das auch machen aber ich hab so ein bisschen bange jetzt kommen wir nochmal vom sanipaul oh sehr steil oder könnt ihr sagen was für ein flugzeug das ist ich sehe es unter am fahrberg jetzt nicht ist das die neo sieht fast so aus ein go around oh das war aber schön aufgesetzt aber ein bisschen zu früh ne hier hätte sie aufsetzen müssen und einmal kurz gesprungen a320 neo so was kommt jetzt hier northorn range training der pilatus p c 7 ok ich bin gespannt oh da ist er oh du hörst es nicht aber da sind gerade schüsse noch so also animierte schüsse oh alter geil nee ich weiß es nicht ich war ja oder ich hab Bock dieses Jahr mal wieder auf so ein Flug Event zu gehen schöne Wiese oh das ist echt so gut ne auf so ein Flug Event zu gehen ja ich war in Holland irgendwo an einem Militärsflughafen sehr geil also da sind auch Jets und so geflogen ne ja also als ich im Urlaub in Italien war da war irgendwie was besonderes ich weiß nicht mehr die haben auch so ein Nationalfeiertag und dann als wir da waren da sind die in Formation geflogen da ist so die da gibt ja so eine Eliteeinheit meistens bei der bei der Armee ich weiß nicht wie die in Deutschland heißen und da hießen die so wie die Blue Angels zum Beispiel ja und die war tatsächlich da wo wir auch waren in Jesolo und da sind die geflogen boah das war so heftig wie die in Formation geflogen sind so nah beieinander so heftig ok nice das klingt nice ähm so hier vom Hans Schworst Hans Schworst Hans Schworst aus nem Flugsimulator sehr sehr spannend hat er auch geschrieben hat äh ein Kollege von ihm irgendwie zum Geburtstag bekommen und er durfte sich einklinken wenn ich das noch richtig im Kopf hab ähm Begleitung von einem echten A320 Piloten das hab ich schon gesehen und bin gespannt die fliegen gleich 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 die schnauze boah ey schon sehr geiles Bild das ist geil ja ja geil geiler Simulator ja auf jeden Fall nice nice genau warst du das da vorne rechts kannst du ja nicht mit den Blue Angels vergleichen dass den Top Gun Piloten im Ruhe stand in den Kommentaren ok äh ok so jetzt haben wir hier wieder ein abgefilmtes 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 C747 mit einer Ryanair Lackierung ist das richtig? ja oh Gott das war aber auch sehr hart aufgesetzt das war eine Ryanair Landung das war eine Ryanair Landung oh jetzt hier in Front Philips Landung be like ok wir sind gespannt das sind die meines ah ja äh Fahrwerk fehlt mein Freund Fahrwerk hey was soll das? was soll der Front? schöne Grüße gehen raus schöne Grüße gehen raus ja guck mal hinten noch die Hilfslinien hab ich gesehen danke dir danke Grüße gehen raus und hier wird gedacht ich werde ihn jetzt permanent wegbumpen nein ihr dürft gerne Spaß über unsere Landung machen nicht so tiefrüdiger mit sich persönlich auf jeden Fall ja ja Butter ja safe Butter mehr so Schmalz würde ich sagen anstatt Butter so jetzt hier wieder aus dem Segelflugzeug Flugzeug das ist aber auch knapp an den Bäume vorbei boah jau okay das sieht glaube ich nur aus dem Winkel so aus hier mit den Störklappen wird hier safe gearbeitet oh 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 danach ist der Video abgebrochen ja guck mal wie krass er damit arbeitet ne so ja ja bisschen raus ganz weit raus mhm krass das ist im Flugsimulator auch wahrscheinlich musst du es auf den Dreh Knopf legen unmöglich ja vielleicht wie sieht das im Segelflugzeug aus so wahrscheinlich so an einem Zug ne und was haben wir hier im Moment hat er was dazu geschrieben ne leider gar nicht Panavia Tornado Lopez oh 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 hier noch ein Video von dem war das eine Flugshow kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern vielleicht eine Militärshow der Tornado Bremsklappen hast du dir aufs Gras gelegt oh ok es ist sehr leise du hörst ja eh nichts aber es ist sehr leise ne ich hör nichts jetzt kommt er jetzt kommt er ah jetzt erkennt man auch den Tornado besser ja der fehlt im Flugsim ah krass ey ok das findest du ein Lowpass hab ich jetzt aber tiefer erwartet tatsächlich was haben wir hier wieder kein Kommentar oh 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 unsere Landung die wir versucht haben ey schafft das so wir sind bei 51 Knoten die hatte ich auch drauf mit der X-Cup wahrscheinlich extremer Gegenwind guck mal da von rechts ja niemals ja gut ohne Schaden ja ja warte kurz da haben wir dreimal komprimiert kommt man trotzdem ohne Schaden ist das langweilig ja einige finden das ja andersrum langweilig aber ich find das so rum langweilig ne das das zählt nicht ne tut mir leid ey das zählt nicht so jetzt haben wir hier eine A12 in der Landung boah der sieht echt voll aus ne also viel zu viel zu viel Format oder 4 zu 3 schade immer wenn es spannend wird du leckt das alter ey so ne richtige Klapperkiste oh hör mal du hörst es nicht er geht jetzt voll in die Eisen ich hab das so verstanden ich hab das so verstanden dass es halt wohl problematisch ist ähm nicht auf die Nase zu fallen mit dem Flugzeug ah ok und dafür ist er sehr steil runtergegangen ja ok oh jetzt hier hab mich mal was gewagt hat auch lange gedauert jetzt bin ich mal gespannt der Vickers oh der Vickers ist auch ein guter Flieger ist ja auch ein guter Flieger ist ein guter Flieger das ist aber nicht die X Cup oder ne das ist die Piper das ist die Piper aber ja zählt trotzdem wenn du es schaffst oh das war ne gute Taktik ok warte 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 wir scrollen alter Respekt Respekt erst mal hat er vorne aufgesetzt ne ok warte mal warte mal vielleicht kann die X Cup doch nicht so langsam fliegen wir sind hier hier ist der 40 Knoten also das grüne 40 Knoten dann fliegst du ja gerade 10 Knoten oder so und dann dann schön die Rechtskurve sofort perfekt gut Respekt das ist die Piper Cup ja ja das ist die Piper Cup oder so ne lange Schnauze irgendwie grad ne ist auf jeden Fall nicht die X Cup ne ist nicht die X Cup ja Vicas alter großen Respekt Respekt ok wir haben wieder ein F-Schlepp Video hier schön da machen wir den Sound wieder an oh Entschuldigung nein das gucken wir nochmal von vorne in richtig groß mit Sound F-Schlepp wird gezogen ich frage wieder selber geflogen oder nur gefilmt ich meine ist jetzt nicht schlimm aber ich frage mich immer Film und Fliegen dann muss ich dir aufs Fliegen konzentrieren oder? ach warte das ist wie Autofahren wahrscheinlich ok mach das nicht mal schön smooth sah bei uns nie so aus ne? nein irgendwie nicht oh hier nochmal Tornado Fotos von dem Tornado ist aber auch schon hart rangesoomt ne? ach wat der Lennox oh Gott Qualität ey der Flug Simulator 2001 hey warum ist das Bild so schräg? und dann auch noch Spiegel verkehrt bei 150 ok worum ging es jetzt hier? ein 747 gelandet aber schön smooth aufgesetzt ja nice und da hat der Lennox nochmal hier oh das ist die Concorde guck mal der hat die Nase so angewinkelt das macht der ja zum Rollen ich wollte gerade sagen hat die Concorde nicht aus ne Nase die man so anwinkeln kann? weil die so lang ist dass die Piloten die Startbahn nicht sehen ah deswegen winkeln die das so an ja das war es schon genau warte mal jetzt wollte hier noch jemand dass wir in Hardware gucken naja der Fischi der hat hier einen Simulator sich selber gebaut eine A380 wie sprochs A380 Flight Sim fliegt den A380 jetzt oh ok das war ein bisschen Werbung ha guck mal sogar hier mit Co-Piloten hm ja was wie hast du es gemacht sind das ne das ist schon Holz ne? ok 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 geil mit vier so Monitoren hier ist ein ähm hier ne der Joystick vom A320 das ist nicht von Trustmaster der? ja hätte ich jetzt noch gern er ist noch im Aufbauen ne du bist noch im Aufbauen ja ja ah würde ich jetzt sagen das sieht leicht nach einer Schwachstelle aus da musst du vielleicht noch mal ein dickeres Brett rein nehmen aber ist er auf der anderen Seite auch? ja auf beiden Seiten natürlich ah ok aber cool ich bin gespannt als du uns kennst auf einem Laufenden ja wie du das so umsetzt sieht auf jeden Fall schon mal nach viel Arbeit aus die du da reingesteckt hast der ist der Anfang ich glaub so in 10, 20 Jahren ne wenn da mal das Geld das Erwachsenengeld fließt ich glaub oh bist du weg? ich? ne ich hab den Bildschirm gerade gesehen ja kannst du ruhig äh ich glaub dann äh ne steht da ein fetter Simulator dann steht da ein fetter Simulator ja cool heute nach und nach nach und nach danke für die ganzen Einsendungen und nach